Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft The Hunger Games Ich habe gerade eben den Start verkackt, da es auch ein bisschen geleckt hat, habe ich gar kein Item bekommen und ich begebe mich jetzt auf jeden Fall ins Schneebiom, denn hier gibt es geile Truhen und ich weiß auch hier wo die ganzen Truhen sind und genau deshalb wähle ich immer das Schneebiom aus Ich weiß zwar, dass es auf dem Vulkan ein geileres Schwert gibt, aber viel, 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 viel zu riskant Da verbrenne ich 100 Pro, da gehe ich auch niemals rein, niemals in mein Let's Play, da gehe ich nie rein Der werde ich nur verkacken, deshalb gehe ich da nicht rein Ich gehe jetzt auf jeden Fall hier in die Kirsche rein und hole mir da ein Schwert Wenn es ein Schwert gibt, aber hier sollte es eigentlich ein Schwert geben So, hier runter, hier runter, hier runter, hier runter, hier runter Rennen, immer nur rennen, 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 rennen Und dann darauf Höh? Ah doch, geht Das ging doch noch So, dann gehen wir noch hier ran Und hier halten wir nur einen Knochen, das ist scheiße Eigentlich gab es hier immer ein Schwert, aber diese Truhe wird dann wohl auch immer refreshed Wir haben auf jeden Fall eine Enderpelle, dann können wir jetzt was anderes machen So Wir haben eine Enderpelle, das heißt Wir gehen hier rein Also wir gehen hier hin So Oder wartet mal Wartet, 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 wartet Ein Stick, na toll So, dann renne ich jetzt mal nach hier Und spring da ins Eis rein Wegen der Enderpelle komme ich hier auf jeden Fall wieder raus So, und hier gibt es Truhen Pfeile und Enderpelle So, erstmal nochmal auftauchen Und runter tauchen Dann nach hier hinten gehen Und merken, dass jemand bei mir ins Zimmer kommt Ach Gott Äh, wie komme ich jetzt hier hoch? Scheiße Scheiße Ja Fuck Oh Gott Gott sei Dank Das war knapp Ja, das passiert, wenn man mich ablenkt Dann weiß ich nicht mehr, wo ich hochtauchen muss So, jetzt auf jeden Fall nochmal hier raus Und dann hier auf die Truhe Oh, geil Das Steinschwert rausholen Und wieder in die Oberfläche schwimmen Oberfläche Oberfläche Oh Gott So Sind wir jetzt hier Haben Goldschuhe Die ziehe ich auch direkt an Nehmen das Schwert in die Hand Und sollte jetzt erstmal Essen suchen Da ich sonst jämmerlich an einen Hungertod sterben werde Da ich nichts mehr zu essen dabei habe Ist ja klar So, jetzt schauen wir auf jeden Fall nochmal hier nach Ob hier irgendjemand im Wald rumläuft Ich hoffe mal schon Und ich hoffe, dass derjenige dann Essen bei sich führt Wenn nicht, haben wir jämmerlich verkackt Irgendwer in der Wüste Oder irgendwer hinter mir Hinter mir nicht Und in der Wüste, so wie es scheint, auch nicht Oder Am Spawn ist auch niemand Dann versuche ich mal wieder zu Borg zu kommen Denn da gibt es auch etwas zu essen Und auch andere Spieler, die wahrscheinlich nicht so gut ausgerüstet sind Wollen wir einfach mal hoffen So, da vorne ist ein Wolf Ich töte den einfach mal Der hat Essen bei sich Komm her Ey, der kann mich angreifen Seit wann greifen die einen hier auf den Servern auch an? Scheiße Nein Ich verliere immer mehr Leben Ich kann mich jetzt auf jeden Fall keinen Kampf stellen Und unten ist eine Kuh Da ist eine Kuh Perfekt Kann man direkt wieder essen Noch eine Kuh Zwei Kühe Eine droppt nichts Die andere auch nicht Und das Schaf droppt eh kein Fri Es leckt Und das Schaf droppt Eh nicht, kein Essen Keine Ahnung, kann ja sein Ist ja hier alles bearbeitet Wölfe droppen ja normalerweise auch kein Fleisch Also, hatte ich Hatte ich schon mal Probiert Vielmehr, ich wollte es probieren Hatte ich schon mal probiert Hä Das ergibt wieder mal keinen Sinn Aber egal Fuck Fuck, ich will sterben Oh, doch nicht Perfekt Perfekt, perfekt, perfekt Wir gehen hier hoch Schauen hier rein Sehen das Steak Und fressen das Steak Perfekt Hatte ich sonst noch irgendwas dabei? Einen Bogen Wir haben einen Pfeil Gott sei Dank So Jetzt gehen wir wieder hier runter Und schauen mal Und schauen mal Nicht schlägen Und schauen mal weiter hier Was hier sonst noch alles auf uns wartet Auf jeden Fall wartet das Gas auf uns Das heißt Wir gehen zurück in die Mitte Denn ich möchte nicht jämmerlichen Tod sterben Wegen dem Gas Das ist nicht so toll Ist ja auch schon einmal passiert Wo ich dann den Berg runter gejumpt bin So Wo sind andere Spieler? Viele leben nicht mehr Aber der eine oder andere Wird OP sein Das ist das Problem Vor denen muss ich Angst haben Jetzt müssen wir ein bisschen umschauen Ob ich hier irgendjemanden sehe Der hier irgendwo rauskommt Sieht aber nicht so aus Kommt hier irgendwo jemand? Irgendwo? Da hinten Scheiße Fuck Ich muss hier weg Der hat ein Eisenschwert Und eine komplette Rüstung Ich möchte einfach hier weg Einfach weg von hier Einfach weg von hier Und schauen Dass ich irgendjemanden töten kann Indem ich irgendwelche Geilen OP Sachen finde Ich versuche das einfach mal Wo ist der andere der mir Wo ist der mit der Rüstung? Ist mir auch egal Fuck da ist er Fuck Ja Konnten wir nichts tun Naja Ich sage bis zum nächsten Mal Euer Dach Ich sage bis zum nächsten Mal